Und mit dieser genialen Strategie habe ich gerade wieder über 850 Euro mit Beweis aufs Paypal-Konto bekommen. Mit dieser App habe ich nachweislich über 850 Euro im letzten Monat verdient. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Leon Kramer und auf diesem Kanal stelle ich immer die besten Apps, um nebenbei Geld zu verdienen, vor. Und heute schauen wir uns eben eine ganz besondere App an, vorher natürlich aus Transparenzgründen. Wir haben heute Freitag, den 1. November. Ich kann das Ganze auch aktualisieren. Dass man sieht, dass es kein Fake ist. Das ist hier die offizielle Uhrzeit, atomuhr.de. Das kann man nicht faken. 1. November. Warum am 1. die Aufnahme hier? Ganz einfach, weil ich genau einen Monat mal messen wollte, wie viel ich dort und diese App verdienen kann. Wir alle haben zahlreiche Apps auf unserem Handy. Doch nur sehr wenige Leute wissen, dass man auch mit kostenlosen Apps auf seriöse Art und Weise nebenbei am Handy Geld verdienen kann. In diesem Video erfährst du ganz genau, mit welcher App das Ganze funktioniert. Und wie auch du, sehr gute Summen nebenbei mit dem Handy verdienen kannst. Und alles 100% kostenlos. Wenn man mal ehrlich ist, verschwenden die meisten Leute einfach nur ihre Zeit am Handy. Das heißt, man sitzt stundenlang vorm Handy, guckt irgendwelche dummen Videos, aber es bringt einem einfach nichts. Und in diesem Video ist es mal anders. Denn heute zeige ich euch, wie ihr euer Handy wirklich mal vernünftig für euch nutzen könnt und eben damit Geld verdienen könnt. Das Beste ist, um mit der heutigen Methode Geld zu verdienen, braucht man keinerlei Vorerfahrung und man muss auch kein Computerfachmann oder Handyfreak sein. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch für dieses Video, wenn du in Zukunft mehr von solchen kostenlosen Videos zum Thema Online-Geld verdienen haben möchtest. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wer dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute zeige ich euch einen spannenden Weg, um nebenbei mit dem Handy Geld zu verdienen. Schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn ich habe in diesem Video noch eine Überraschung und einen geheimen Code versteckt, mit dem ihr sofort Geld verdienen könnt. Also viel Spaß dabei. Und jetzt schauen wir uns direkt mal die Ergebnisse vom letzten Monat an und zwar vom Oktober und hier sehen wir auch schon die App. Ich werde die natürlich auch unten verlinken und alle weiteren Infos dazu in diesem Video geben. Deswegen schaut euch das Ganze unbedingt bis zum Ende an und hier sehen wir folgendes erstmal hier bei der App oben. Mein Name ist Leon Kramer, blauer Haken, das ist ganz wichtig, kennt ihr auch von Instagram, das ist dann verifiziert, das heißt es ist auch mein Account zu 100%. Und hier sehen wir folgendes, das Ganze ist immer pro Woche, das heißt man hat jede Woche neue Einnahmen und jetzt schauen wir uns mal ganz genau die Einnahmen von dem letzten Monat an. Und zwar jetzt vor vier Stunden ist eben die letzte Woche hier zu Ende gegangen und hier schauen wir uns an, diese Woche kam hier über 140 Euro rein. Hier sehen wir das Ganze, jetzt wenn wir runter gehen sehen wir folgendes, wie war es letzte Woche und zwar letzte Woche eben hier sehen wir das Ganze nochmal, gab es über 110 Euro an Gewinn. Dann geht es weiter hier die Woche davor, hier vom 14.10. bis 21.10. dort gab es insgesamt 225 Euro bzw. Dollar Gewinn. Dazu aber später mehr, man bekommt das Ganze natürlich in Euro ausgezahlt und nicht in Dollar. Dann geht es weiter nach unten hier, die Woche vom 7.10. bis 14.10. gab es sogar, das war richtig gut, 253 Dollar an Gewinn, also über 200 Euro. Und dann eben die allererste Woche hier bis zum 7.10. dort gab es eben nochmal 195 Dollar, also über 150 Euro an Gewinn. Und wenn man das Ganze zusammenrechnet, kommt man da eben auf über 850 Euro Gewinn in einem einzigen Monat. Das werde ich gleich auch nochmal ganz genau beweisen für alle Leute, die immer sehr kritisch sind, aber schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an. Legt alles andere beiseite und ich werde das Ganze Schritt für Schritt für Anfänger erklären. Wichtig, schaut euch dieses Video wirklich bis zum Ende an, weil wenn man mit der App hier starten will, muss man eben einen Einstellungstest absolvieren, um zu beweisen, dass man dafür geeignet ist, damit Geld zu verdienen. Und zu diesem Einstellungstest zeige ich euch alle Fragen, ich beantworte alles, ich unterstütze euch dabei, dass ihr den Einstellungstest bestehen könnt. Das heißt, nimm das Ganze ernst, es geht um Geld, das ist jetzt hier kein Comedy-Video oder sonstiges. Wenn ihr damit Geld verdienen wollt, müsst ihr den Einstellungstest auch richtig bestehen. Alle Infos zu dem Einstellungstest gibt es am Ende dieses Videos. Jetzt erstmal die Infos, wie man hier mit Geld verdienen kann und wie man hiermit starten kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, natürlich gerne einen Daumen hoch geben für weitere Videos dieser Art zum Thema Geld verdienen mit Apps. Ja, weil man das Ganze eben auf dem Handy nicht so gut erkennen konnte, gibt es jetzt nochmal die ganzen Gewinne. Hier 143 Euro, wie gesagt, natürlich alles mit Nachkommastellen, hier 110 Euro, dann 225, 253 und zu guter Letzt eben 195. Ja, und wenn man das Ganze dann zusammenrechnet, das werde ich später im Detail auch noch machen, kommt man eben auf insgesamt 856 Euro und das Geld werde ich mir jetzt mal auszahlen lassen. So, und hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten, uns das Ganze auszahlen zu lassen, zum Beispiel Paypal, Bankkonto, Kreditkarte und Co. Ich mache das Ganze jetzt mit Paypal, weil es eben am schnellsten geht. Das heißt, hier wählen wir jetzt die 856 Euro aus und hier können wir das Ganze jetzt mit einem einzigen Klick auszahlen lassen. So, und hier sehen wir das Ganze jetzt auch schon, wir haben es jetzt fast halb elf und hier ist die E-Mail angekommen, heute am 1.11.24 um 22.21. Hier, sie haben 856 Euro erhalten, das heißt hier Geld erhalten, hier unten sehen wir es auch schon, 856 Euro hier am 1. November. Ihr seht, dass das Ganze hier kein Fake ist, es ist direkt aufs Paypal-Konto gekommen. Das ist die offizielle Paypal-E-Mail, könnt ihr auch gerne googeln, service at paypal.de. Hat auch einen blauen Haken, das heißt, ist 100% seriös. Hier auch mein Name, hallo Leon Kramer. Und ja, wenn euch das Ganze hier gefällt, die Transparenz, gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch. Ja, und zwar funktioniert das Ganze mit dieser Seite hier, habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr euch komplett kostenlos in wenigen Minuten registrieren und hier könnt ihr die sogenannte Autocopy-Methode anwenden. Das heißt, ihr könnt hier mich mit einem einzigen Klick kopieren. Das heißt, wir sehen das Ganze hier auch, wenn ich beispielsweise 1.000 Euro Gewinn erziele, dann bekommt ihr auf eurem Konto auch automatisch diesen Gewinn eben rüber kopiert. Und das Einzige, was ihr eben machen müsst, ist einmal auf Autocopy klicken und das funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Ich habe natürlich alle Beweise in diesem Video vorbereitet. Diese Plattform ist auch 100% seriös, hat hier auch eine Börsennotierung an der Frankfurter Börse und ist auch seit acht Jahren schon aktiv, also wirklich jahrelange Erfahrung hier im Bereich. Und das ist natürlich absolut genial. Und wie wir jetzt hier starten können, das schauen wir uns heute mal Schritt für Schritt an. Wichtig, wie gesagt, hier kostenlos mit dem Link in der Videobeschreibung registrieren. Und wichtig ist, dass ihr unbedingt euch über diese Seite registriert, weil dort bekommt ihr auch noch ein kostenloses Geschenk im Wert von tatsächlich 400 Euro, wenn ihr euch mit dem Link in der Videobeschreibung oder diese Seite, wo auch mein Bild hier ist, registriert. Dazu aber später mehr. Das heißt, ihr klickt hier einmal kostenlos rauf auf Registrieren oder eben hier unten. Und dann erscheint schon diese Seite. Hier müsst ihr dann einmal euer Wohnzinsland eingeben. Das heißt, das Ganze geht weltweit. Ihr gebt hier einfach das Land ein, in dem ihr derzeit lebt. Die meisten werden natürlich in Deutschland leben, weil das hier ein deutsches Video ist, ist ja klar. Und dann hier einfach auf Weiter klicken. Dann eben Nummer und E-Mail und Passwort eingeben. Dann bekommt ihr einen Sicherheitscode per SMS zugeschickt. Müsst einmal bestätigen, dass ihr ein echter Mensch seid und kein Roboter. Ihr kennt das Ganze. Dann muss man sich einmal verifizieren und dann hier kostenlos registrieren. Wichtig, wenn man sich dann registrieren will, muss man noch einen kleinen Einstellungstest absolvieren. Das heißt, ein paar Fragen beantworten. Dieser Test sollte auf jeden Fall bestanden werden, weil wenn man bei dem Test Fehler macht, dann kann man nicht starten. Deswegen habe ich euch am Ende dieses Videos nochmal alle Antworten zu dem Test ganz genau erklärt. Das heißt, schaut das Video wirklich bis zum Ende, auch wenn es ein bisschen länger ist. Legt alles andere beiseite und vor allem am Ende des Videos den Test. Den solltet ihr ernst nehmen und bestehen, weil wenn ihr den Test nicht besteht und dort durchfallt, könnt ihr mit dieser Methode kein Geld verdienen. Ich wiederhole es nochmal. Dann könnt ihr, dann werdet ihr eben gesperrt und könnt kein Geld verdienen. Deswegen nehmt diesen Test wirklich ernst. Und wenn ihr euch dann angemeldet habt, im Link in der Videobeschreibung und den Test bestanden habt, dann zeige ich, wie es jetzt weitergeht. Ja, und wenn ihr dann den Test erfolgreich bestanden habt, gebt ihr oben meinen Namen, Leon Kramer, zusammengeschrieben ein. Ganz wichtig, ohne Leerzeichen. Dann erscheint hier auch schon mein Hauptaccount. Ich habe noch einen weiteren Account, den Leon Kramer DAX-Account. Aber wir schauen uns heute mal den Leon Kramer Hauptaccount an. Das heißt, hier klickt ihr dann drauf und dann seht ihr hier auch schon den Account. Und das Einzige, was ihr jetzt hier machen müsst, ist hier diesen Account einmal zu kopieren. Wir schauen uns gleich, wie gesagt, nochmal die Gewinne im Detail an. Das heißt, hier klickt ihr dann einfach rauf auf Autokopieren. Das heißt, hier einmal raufklicken und dann hier 100% auswählen. 100% und dann hier das Autokopieren starten. Das heißt, hier einmal raufklicken und dann habt ihr schon das Ganze erfolgreich eingestellt. Und wenn ihr dann ein neuer Kopierer seid, dann habt ihr dieses Bild und hiervon schickt ihr mir dann einen Screenshot an die E-Mail-Adresse finanzbonus400atweb.de. Das heißt, dann habt ihr den Beweis geliefert, dass ihr ein neuer Kopierer seid. Und dann bekommt ihr von mir persönlich ein Geschenk im Wert von 400 Euro gratis zugeschickt für alle Kopierer. Das ist eine aktuelle Sonderaktion. Aber das Ganze läuft nur noch für kurze Zeit. Das heißt, seid ihr jetzt schnell, wenn ihr das 400 Euro gratis Geschenk noch haben wollt. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein zweites Bild schicken. Und zwar, wenn ihr hier einmal auf die Liste der Autokopierer raufklickt, müsste dann euer Name hier auch irgendwo auftauchen. Davon könnt ihr mir dann auch nochmal ein Bild schicken. Ist kein Muss, aber ist quasi dann ein doppelter Beweis, weil einige das hier auch faken wollen, um sich das Geschenk quasi zu erschleichen. Aber ja, ich lasse mich da nicht an der Nase rumfüllen. Das ist natürlich klar. Ich möchte hier nur an die echten Kopierer das Geschenk rausgeben. Ja, und jetzt schauen wir uns natürlich nochmal die gesamten Einnahmen ganz genau an, weil ich es natürlich alles zu 100% beweisen möchte. Das heißt, hier sehen wir folgendes hier. Das war eben die aktuelle Woche. Hier haben wir über 143,75 eingenommen. Das werden wir jetzt einmal alles ganz genau zusammenrechnen. Das heißt, wir starten mit der aktuellen Woche plus 143,75. Nicht wundern, das Ganze ist jetzt hier in Dollar eingeben. Wir werden das natürlich am Ende in Euro alles umrechnen. Plus, dann geht es weiter. Letzte Woche hier vor sieben Tagen, da hatten wir 110,79. Plus eben die Ergebnisse vor zwei Wochen. Dort hatten wir tatsächlich über 225,31 an Gewinn. Das heißt, hier plus 225,31. Dann geht es weiter. Plus 253 Dollar. Das heißt, hier plus 253,66. Plus, und dann hier eben die allererste Woche bis zum sechsten Zehnten. Dort hatten wir nochmal 195. Also plus 195,76 macht dann insgesamt hier 929,27 Dollar. Und das heißt, das hier werden wir jetzt einmal kopieren. Zack. Und eben umrechnen in Euro. Hier haben wir den Euro-Dollar-Rechner derzeit. Entsprechend einem US-Dollar 0,92 Euro. Das heißt, wir rechnen das einmal um hier. Zack. Einfügen. Und dann sehen wir hier folgendes. Haben wir hier insgesamt über 850 Euro. Nämlich 856,60 Euro, die wir hier in einem einzigen Monat verdient haben. Und das Ganze können wir uns jetzt auszahlen lassen. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt ganz genau mit Beweis. Ja, und zwar geht ihr dann hier auf die linke Seite auf den Punkt Ein- und Auszahlung drauf. Und dass die Auszahlung funktioniert, habe ich ja eben schon am Anfang des Videos bewiesen. Ja, hier seht ihr nochmal die Auszahlung von 856 Euro. Hat super geklappt innerhalb von kürzester Zeit. Und ich bin damit sehr zufrieden. Ja, ihr habt jetzt gesehen, dass die Auszahlung funktioniert. Und jetzt gibt es hier alle Infos, was man hier beachten muss. Zum einen haben wir hier eben den Risikoscore. Das gibt eben an, wie hoch das Risiko ist pro Account. Und wir haben hier mit zwei einen extrem geringen Risikoscore. Es gibt tatsächlich keine einzelne Person in den Top 10, die hier eben einen Risikoscore von 1 hat. Das heißt, wir sind hier am niedrigsten vom Risiko von allen Leuten. Wir haben hier eine Trefferquote von 96%. Das heißt, zu 96% machen wir Gewinn. Hier sind schon über 500 oder genau 550 Leute als Kopierer mit dabei. Und ja, um hier starten zu können, benötigt man mindestens 500 Euro an Startkapital. Es macht auch Sinn, auch mit 1000 zu starten. Aber ab 500 Euro kann man theoretisch auch starten. Alles natürlich keine Anlageberatung. Es muss natürlich jeder selbst wissen, wie viel er hier haben möchte. Dann kann man hier auf die Ein- und Auszahlung gehen. Und dann jederzeit sein Geld, sein Kapital einzahlen und auszahlen. Und wie gesagt, wenn ihr mich hier kopiert habt und ein Beweisbild an die E-Mail finanzbonus400atweb.de schickt, bekommt ihr dazu nochmal ein kostenloses Geschenk im Wert von 400 Euro von mir persönlich per E-Mail zugeschickt. Also es lohnt sich hier doppelt dabei zu sein. Und ja, nutzt die Chance auf jeden Fall. Denn das ist einer der besten Wege, um vor allem auch passiv Geld zu verdienen. So und jetzt gehe ich persönlich mit euch nochmal, wie versprochen, Schritt für Schritt den Einstellungstest durch. Also bleibt jetzt auf jeden Fall aufmerksam und führt die Schritte ganz genau aus, wie ich sie zeige. Ja und zwar, ihr meldet euch, wie gesagt, mit dem Link in der Videobeschreibung über diese Seite an. Hier steht auch mein Name. Wichtig ist, dass ihr euch genau über diese Seite anmeldet, wo auch hier mein Bild ist. Weil ansonsten könnt ihr das 400 Euro Geschenk nicht bekommen. Das heißt, hier einfach kostenlos anmelden. Habe ich ja eben alles schon gezeigt. Dann auf Weiter klicken. Dann hier eben anmelden. Und wie es dann mit dem Test weitergeht, das zeige ich jetzt Schritt für Schritt. Und jetzt haben wir hier schon ein kostenloses Demokonto eröffnen. Und was hier jetzt oben direkt auffällt, wir haben jetzt hier auch direkt 10.000 Euro virtuelles Testguthaben. Das finde ich auch absolut super. Das heißt, man kann das Ganze hier erstmal mit kostenlosen Testguthaben ohne echtes Geld testen. Und ja, dann, wenn wir jetzt hier wirklich loslegen wollen und auch zum Beispiel eben das Kopieren starten wollen, dann kann man hier eben den Account verifizieren. Ein Echtgeldkonto eröffnen. Und dann eben auch direkt schon starten. Das Ganze werden wir jetzt einmal Schritt für Schritt machen. Und zwar, wir können jetzt hier einmal raufklicken auf die Verifizierung. Das heißt, hier können wir jetzt ein Echtgeldkonto eröffnen. Das heißt, hier müssen wir jetzt einmal diesen Test eben bestehen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt ganz genau Schritt für Schritt. Deswegen passt jetzt unbedingt ganz genau auf. Ich wünsche euch viel Spaß und natürlich auch viel Erfolg. Das heißt, wir werden jetzt hier zusammen die Verifizierung beginnen. Und wie gesagt, ich betone es nochmal, die Fragen müssen wirklich alle richtig beantwortet werden. Sonst könnt ihr eben nicht mit dem Copy Trading starten. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo unsicher seid, recherchiert kurz, schaut euch dieses Video an oder googelt kurz, falls sich die Fragen doch nochmal ändern sollten. Und dann könnt ihr eben die Fragen auch alle zu 100% richtig beantworten. So, und jetzt werden wir das Ganze hier einmal starten. Das heißt, hier die Verifizierung beginnt. So, für die Verifizierung müssen wir nochmal einen Verifizierungscode zur Sicherheit eingeben. Den bekommen wir wieder per SMS zugeschickt. Dann eben nochmal kurz das Wohnsitzland eingeben und auf Fortfahren klicken. Dann hier nochmal ein paar Informationen angeben. Ist man eine politisch exponierte Person? In den meisten Fällen natürlich Nein. Dann besitzt du eine Steueridentifikationsnummer. Da müsst ihr es natürlich selbst wissen, aber ich denke mal, die meisten werden das haben. Dann hier einfach auf Ja klicken. Wenn ihr es eben nicht habt, dann eben auf Nein klicken. Dann eben auswählen, in welchem Land man steuerlich ansässig ist. Dann hier eben, in den meisten Fällen natürlich Deutschland. Dann eben nochmal die Steuer-ID hier eingeben. Und nochmal angeben, ist man aus steuerlichen Gründen in den USA ansässig? Und da auch natürlich Nein, weil die meisten Leute sind natürlich nicht steuerlich in den USA ansässig. Das heißt, hier rauf und dann hier nochmal die Steuernummer eingeben und dann auf Fortfahren klicken. So, nochmal ganz kurz die Info. Was ist überhaupt die Steueridentifikationsnummer? Und zwar, das ist eine Nummer, die eben für die individuelle Steuererkennung eben notwendig ist. Und die wird eben bei der Geburt vergeben und ist ein Leben lang gültig. Wo findet man diese? Das Ganze wurde einem hier eben zugeschickt. Und das Ganze sieht so aus, dass dieser Zettel und hier findet ihr dann eure persönliche Steueridentifikationsnummer. Und die müssen wir dann hier einfach bei Naga eingeben. So, dann eben nochmal den Wissensstand eingeben. Und ihr seht auch hier schon, das ist Frage 3 von 29. Das heißt, ich werde mit euch alles Schritt für Schritt durchgehen. Und hier könnt ihr jetzt eingeben, ob ihr schon ein gewisses Wissen habt. Zum Beispiel professionelle Zertifikate oder professionelle Erfahrungen. Oder ob ihr auch kein Finanzwissen habt. Das ist auch absolut kein Problem, weil ich sage mal so, jeder fängt ja irgendwann an. Wir werden jetzt mal das Beispiel durchgehen als kompletter Anfänger. Ich habe kein Finanzwissen. Das heißt, gehen wir jetzt hier mal rauf. Und dann können wir jetzt hier nochmal folgende Sachen eingeben. Und zwar hat man in letzter Zeit schon in Aktien oder ETFs investiert. Ja oder nein. Und hier können wir jetzt zum Beispiel eingeben, okay, dazu zählt zum Beispiel auch, wenn man über die Bank einfach irgendwas gekauft hat oder investiert hat in ETFs oder Aktien. Und dann kann man hier zum Beispiel eingeben, 1 bis 10 Transaktionen, mehr als 1,20. Und ja, das gibt ihr einfach so ein, wie es euch eben passt, beziehungsweise wie es auch der Realität entspricht. Als Beispiel hier 11 bis 20 Transaktionen. Dann geht es weiter. Und zwar, wie oft hast du in Contracts for Difference und andere Produkte im letzten Jahr investiert? Und das ist auch absolut kein Problem, wenn man da keine Handelserfahrung hat. Wir machen jetzt hier einfach mal 1 bis 10 Transaktionen. Dann geht es weiter. Wie häufig hast du im letzten Jahr in Kryptos investiert? Bitcoin und Co. Muss ich denke gar nicht mehr so häufig erklären, beziehungsweise so genau erklären. Die meisten Leute werden wissen, worum es hier geht. Und ja, hier könnt ihr auch wieder zum Beispiel eingeben, keine Handelserfahrung, 1 bis 10 Transaktionen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr hier eben Anfänger seid. Das heißt, hier machen wir wieder 11 bis 20 Transaktionen. Dann geht es weiter. Und jetzt geht es schon los mit den ersten Fragen. Und zwar, der Markt bewegt sich um 3%. Der Handel mit welchem Hebel würde zum größten potenziellen Gewinn oder Verlust führen. Und jetzt kommt eben die erste interessante Sache ins Spiel. Und zwar hier ein sogenannter Hebel. Was bedeutet das? Das erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar, ich gebe dazu einfach mal ein einfaches Beispiel. Und zwar, wenn wir beispielsweise mit 100 Euro handeln. Das heißt, 100 Euro beispielsweise einzahlen mit einem Hebel von 1 zu 2. Wäre es so, als ob wir eben mit dem Zweifachen, das heißt mit dem Doppelt, in diesem Fall 200 Euro handeln würden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eben normalerweise 100 Euro investieren würden und dann der Markt sich beispielsweise um 3% bewegt, hätten wir beispielsweise 3 Euro Gewinn. Im Normalfall aber, wenn wir einen Hebel von 1 zu 2 verwenden, ist es eben so, als hätten wir eben vereinfacht dargestellt mit 200 Euro gehandelt. Und wenn wir dann eine Veränderung beispielsweise von 3% haben, hätten wir dann eben 6 Euro Gewinn statt eben 3 Euro Gewinn. Und dementsprechend ist es auch so, je höher der Hebel, desto höher ist dann eben in diesem Fall dann der Gewinn. Das heißt, in diesem Fall 1 zu 33 ist die korrekte Antwort, weil es eben hier der höchste Hebel ist. Und jetzt geht es eben weiter mit der nächsten Antwort und zwar, wenn ein Hebel 1 zu 100 ist, wie hoch ist die benötigte Margin für ein Lot? In diesem Fall 100.000 Euro. So, auch diese Frage ist relativ simpel und zwar ein Lot sind in diesem Fall eben 100.000 Euro. Und ich habe es ja eben schon erklärt, wenn wir jetzt hier einen Hebel von 1 zu 100 haben, bräuchten wir eben hier in diesem Fall 1.000 Euro an Kapital, weil wir eben mit dem Hundertfachen dann eben in diesem Fall handeln würden, wären es dann eben bei einem Hebel von 1 zu 100 1.000 Euro an Kapital bzw. Margin für eben ein Lot. Das heißt, wir wählen jetzt 1.000 aus und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, welche Art von Schließungsauftrag kannst du wählen, um die Verluste beim Trading zu begrenzen? Und das ist auch eine extrem interessante Sache und auch eine sehr wichtige Sache und zwar ein sogenannter Stop-Loss-Auftrag. Und das ist eben folgendes und zwar, klar, Trading kann in beide Richtungen gehen, ins Positive, aber natürlich auch hin und wieder mal ins Negative. Aber da kann man sich eben absichern, das heißt, wir können hier zum Beispiel einen sogenannten Stop-Loss-Auftrag setzen. Und das bedeutet eben, wenn wir zum Beispiel einen Stop-Loss bei 5% haben, ist es beispielsweise so, wenn eine Aktie zum Beispiel bei 100 Euro steht und sie dann fallen sollte, dann kann sie in diesem Fall nicht tiefer als 95 fallen, weil wir eben einen Stop-Loss gesetzt haben bei 5%. Das heißt, wir können dann, wenn wir zum Beispiel einen Stop-Loss von 5% haben, maximal 5% Verlust machen. Und das kann man eben vorher einstellen. Eine absolut geniale Sache. Das heißt, hier ein Stop-Loss-Auftrag, der Gegensatz dazu wäre eben ein Take-Profit-Auftrag, wenn wir zum Beispiel automatisch einstellen wollen, okay, wenn die Aktie zum Beispiel am Anfang bei 100 steht, wenn sie dann zum Beispiel bei 105 steht, wollen wir die Aktie automatisch verkaufen, dass wir direkt 5% Gewinn haben. Das wäre dann ein Take-Profit, eben im Gegensatz zum Stop-Loss. Aber für diese Antwort ist natürlich Stop-Loss die richtige Antwort. So, und dann geht es weiter hier mit der nächsten Frage, und zwar, wie viel musst du bezahlen, um eine Million Euro bzw. US-Dollar über ein Konto mit einem Hebel von 1 zu 50 zu kaufen? Klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Und zwar, hier haben wir wieder den Hebel von 1 zu 50. Das heißt, wir müssen es jetzt einfach nur ganz einfach wieder hier ausrechnen, und zwar logischerweise 20.000 mal 50 sind eben dann eine Million. Warum? Weil wir eben zum Beispiel jetzt, das ist ja einfachste Mathematik, mal 5 wären eben 100.000 und mal 50 dementsprechend dann eine Million. Das heißt, wir müssten hier 20.000 Euro an Kapital haben. Bei einem Hebel von 1 zu 50 würden wir dann dementsprechend mit einer Million Euro handeln. Also auch hier eine einfache Sache, 20.000 auswählen, und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Frage. So, dann geht es weiter mit der nächsten Frage, und zwar, der Markt bewegt sich gegen dich und dein Konto hat ein Stop-Out-Level von 50%. In welcher der folgenden Situationen erfolgt ein Stop-Out deines Kontos? Das bedeutet eben, dass eben, ja, einige Positionen automatisch geschlossen werden, damit man eben noch weitere Verluste vermeidet. Das ist eben eine Art Sicherheitsmechanismus. Ein Stop-Out bedeutet eben, dass einige Positionen automatisch geschlossen werden, um eben gewisse weitere Verluste zu vermeiden. Und das ist eben auch eine Art Sicherheitsmechanismus und erfolgt eben, wenn das Kontokapital 50% der eingesetzten Marge erreicht. So, da muss man hier einmal seinen Arbeitsstatus angeben. Warum muss man das angeben? Das sind einfach hier die rechtlichen Vorgaben. Da muss ich nahe daran halten, und das spricht eben auch für die Seriosität. In diesem Fall ist es bei mir eben selbstständig. Wenn ihr angestellt seid, im Ruhestand, arbeitslos, ist es auch natürlich kein Problem. Gebt da einfach die wahrheitsgemäße Antwort, und dann geht es eben weiter mit der nächsten Frage. In diesem Fall halt selbstständig. Und dann machen wir weiter. Hier muss ich natürlich nochmal die Branche eingeben. In meinem Fall natürlich Marketing. Und dann geht es auch schon weiter. Gebt da einfach ein, was eben für euch passt. Dann hier muss man eben eingeben, woher die Mittel stammen, die man auf Naga investieren will. Wenn man natürlich hier zum Beispiel mit 1.000 Euro Startkapital starten möchte, muss man natürlich vorher eingeben, woher das Ganze kommt. Vom Gehalt, von Ersparnissen, Investitionen. In diesem Fall natürlich Gehalt. Und ja, dann geht es weiter. Und zwar, wie hoch ist das jährliche Nettoeinkommen? Das muss man hier eben leider eingeben. Beziehungsweise, das heißt leider, das spricht ja eigentlich auch für die Seriosität dieser Plattform, dass man hier eben alle rechtlichen Bedingungen eben erfüllen muss. Das ist eben in Deutschland Pflicht, dass man das hier angibt. Und ja, in meinem Fall sind es tatsächlich mehr als 500.000. Ja, soll jetzt hier keine Angeberei sein, aber vielleicht eine kleine Motivation für den einen oder anderen. Ich kann dazu sagen, vor vier Jahren war ich tatsächlich noch Pizza-Fahrer mit unter 400, beziehungsweise mit knapp 450 Euro im Monat. Und jetzt sieht es schon ganz anders aus in diesem Fall. Tatsächlich auch über 500.000 Euro an Kapital. Aber natürlich, wenn man auch weniger Kapital ist, ist es auch absolut kein Problem. Und ja, dann geht es weiter. Und zwar hier, dein gesamtes Bargeld und liquide Mittel in deinem Nettovermögen. Das heißt, wie viel man zum Beispiel eben zur Verfügung hat. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, jemand ist Millionär, aber der hat einfach nur eine Wohnung oder einen Wohnblock, der oder eben zum Beispiel ein Haus, welches eine Million Euro wert ist. Dann hat er ja nicht sofort immer eine Million zur Verfügung. Und deswegen muss man hier eben ganz genau angeben, wie viel man von seinem Kapital eben wirklich zur Verfügung hat. Und jetzt in diesem Fall mehr als 50 Prozent. Aber ihr könnt auch eingeben, mehr als 10 Prozent, 25 Prozent. Je nachdem, wie es bei euch eben aussieht. Das heißt, hier in meinem Fall mehr als 50 Prozent. Dann geht es weiter, wie viel man hier eben investieren möchte. Und das ist natürlich auch jedem selbst überlassen. In meinem Fall gebe ich jetzt mal für den Anfang weniger als 10.000 an. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Das ist natürlich auf ein Jahr bezogen. Also es kann natürlich auch schon deutlich mehr sein. Beziehungsweise wenn wir jetzt zum Beispiel von 1.000 Euro im Monat ausgehen, was natürlich kein Muss ist, aber als Beispiel, dann wäre man hier zwischen 10.000 bis 20.000. Deswegen geben wir das jetzt einfach mal als Mittelwert quasi hier ein. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, man kann hier auch einfach mit einer einmaligen Zahlung eben das Ganze machen. Man muss jetzt nicht zwingend jeden Monat einzahlen, das ist jedem selbst überlassen. Man kann natürlich auch die Gewinne jederzeit auszahlen lassen oder auch dann einen Teil wieder einzahlen. Das ist alles, überhaupt kein Problem. Wir fangen jetzt einfach mal an mit 10.000 bis 20.000. Und dann geht es hier auch schon weiter. Und zwar, wie will man hier starten? Über Banküberweisung, Kreditkarte, E-Wallet. In meinem Fall natürlich Banküberweisung. Es gibt natürlich auch die Option über Paypal, aber wir wählen jetzt einfach mal Banküberweisung aus. Und ja, dann geht es auch schon weiter. Und zwar hier, in welchem Bereich möchte man hier traden? Währung, Anleihen, ETFs. Und hier kann man auch mehreres auswählen, das heißt hier zum Beispiel Aktien, Währung, Kryptowährung, auch wenn es natürlich kein Muss ist. Und vielleicht auch Rohstoffe, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Wir können jetzt einfach mal alles auswählen hier und dann auf Fortfahren klicken. Dann geht es weiter. Und zwar, welche der folgenden Items beschreibt am besten dein Trading-Ziel? Und jetzt nicht erschrecken, das sind jetzt natürlich hier eben die Begriffe. Zum Beispiel Hedging oder spekulatives Trading wird wahrscheinlich für die meisten am Anfang keine Option sein. Weil ich denke mal, die meisten wollen einfach nur ein zusätzliches Einkommen haben. Und deswegen wählen wir das Ganze jetzt aus. Dann geht es weiter. Wie lange planst du deine Position offen zu halten? Das sind jetzt eher solche Fragen für wirklich aktive Trader. Aber die meisten von euch werden natürlich Copy Trading machen wollen. Das heißt, Kopierer werden wollen. Und dementsprechend ist das jetzt gar nicht unbedingt so relevant für euch, wenn ihr jetzt eben Kopierer werden wollt. Und ja, hier können wir jetzt einfach mal weniger als eine Woche auswählen. Und dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, bitte gib an, welches Risikovolatilität du im Gegenzug für den erwarteten Gewinn aus deinen jährlichen Investitionen bei uns in Kauf nehmen würdest. Das heißt, hier muss man einfach nochmal eingeben, okay, zum Beispiel wenn ich potenziell 20% Gewinn haben möchte, dann habe ich auch beispielsweise einen potenziellen Verlust von 12% und so weiter und so fort. Das heißt, man kennt natürlich diesen Spruch High Risk, High Reward, obwohl bei mir ist es natürlich im Profil so. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich habe mich darauf spezialisiert, ein extrem geringes Risiko mit aktuell auch dem Risiko Level 2 zu haben. Das heißt, ich bin aktuell der von den Top 10 Tradern der Trader mit dem geringsten Risiko von allen. Und ja, lustigerweise aktuell ja auch, habt ihr im Video gesehen, mit dem höchsten Gewinn pro Monat. Also aktuell bin ich da sehr, sehr zufrieden. Das heißt, hier können wir jetzt beispielsweise mal Folgendes eingeben. Gewinn 20%, möglicher Verlust 12% als einfaches Beispiel hier der Mittelwert. Dann geht es weiter und zwar hier natürlich nochmal einfach den Namen nochmal eingeben. In diesem Fall hier, ja, nicht Kran Neu, sondern Kramer, aber ich habe jetzt hier mal einen Testaccount erstellt. Und dann eben nochmal eingeben, Geschlecht und Name und dann hier auf Fortfahren klicken. So, dann muss man hier nochmal Angaben zur Adresse machen, in diesem Fall als Beispiel Berlin. Dann gibt man hier die Währung für sein Handelskonto an, in diesem Fall natürlich Euro. Und dann geht es auch schon weiter und zwar hier muss man einmal die Personalausweisnummer eingeben. Welche Nummer das ist, das zeige ich euch jetzt. Und zwar mit der Personalausweisnummer ist diese Nummer hier oben rechts gemeint. Die muss man dann einfach dort angeben. Kann man jetzt hier direkt eingeben oder eben auch nochmal kurzzeitig überspringen. Dann geht es weiter, nochmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigen, Rechtsdokumente und dann hier auf Übertragen klicken. Und dann geht es auch schon direkt weiter. Und zwar hier haben wir direkt schon das Konto kategorisiert als fortgeschritten. Das heißt, hier hat man jetzt direkt den vollen Zugriff auf alle Sachen. Das heißt, hier kann man direkt schon mit 2000 Euro starten und ohne dass man das Konto verifizieren muss. Man sollte allerdings hier innerhalb der ersten 15 Tage das Konto verifizieren. Das heißt, hier eben mit dem Personalausweis etc. Aber das kann man auch dann später machen. Das heißt, hier kann man jetzt auch direkt schon sein Geld einzahlen, was ich wirklich richtig super finde. Das heißt, hier werden wir jetzt einmal hier raufklicken. Und hier können wir jetzt uns direkt schon etwas auswählen. Das heißt, hier entweder über Kreditkarte, Überweisung, Paypal oder eben über andere Optionen. Das finde ich wirklich absolut genial und sehr, sehr einfach. Hier bei der Einzahlung verwende ich meistens Paypal, weil man hier eben überhaupt keine Gebühren hat. Das wird von Naga übernommen und bei der Kreditkarte natürlich auch. Und man hat hier wirklich in 10 Minuten sein Geld hier und kann dann hier das Ganze ganz einfach einzahlen lassen. So, hier oben können wir jetzt nochmal unser Konto verifizieren, um wirklich voll und ganz durchstarten zu können. Das heißt, hier klicken wir jetzt rauf und hier müssen wir jetzt einfach nur unsere Verifizierung eben starten. Das heißt, hier müssen wir jetzt das Ganze nochmal mit dem Ausweis vor die Kamera halten. Das kennt ihr wahrscheinlich von anderen Portalen auch schon. Das heißt, hier nochmal das Ganze eben bestätigen und dann kann man hier auch schon starten, indem man hier auf Weiter klickt. Das heißt, hier können wir das Ganze jetzt machen mit dem Perso, mit dem Reisepass etc. Hier natürlich nochmal das Land auswählen, in diesem Fall Deutscher und hier jetzt eben mit dem Telefon fortfahren. Oder eben mit dem Handy, beziehungsweise nicht mit dem Handy, sondern mit dem PC, aber ich mache es immer mit dem Telefon. So, die Verifizierung ist durch. Das Ganze hat wirklich nur maximal 5 Minuten gedauert. Das heißt, man kann das relativ schnell machen. Und ja, jetzt kann man auch direkt schon starten. Ja, das heißt, ihr gebt dann bei der Suche, wie gesagt, Leon Kramer zusammengeschrieben ein, klickt dann hier auf mein Profil und dann könnt ihr hier das Autokopieren starten. Mit einem einzigen Klick hier rauf gehen, hier 100% auswählen, dann hier das Autokopieren starten und dann schickt ihr eben davon ein Beweisbild an die E-Mail-Adresse finanzbonus400atweb.de. Dann bekommt ihr ein kostenloses Geschenk im Wert von 400 Euro von mir persönlich nochmal zugeschickt. Und ja, dann wünsche ich euch extrem viel Spaß und sehr viel Erfolg dabei. Es wird absolut genial. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ich weiß, es war sehr ausführlich, gebt wie gesagt gerne einen Daumen hoch, schickt es auch gerne weiter und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.